Ich werde jetzt meine Kunst nicht anders erklären, nur weil es eine Kunstmesse ist. Die Intention in meiner Kunst ist dieselbe und deswegen werde ich den Leuten genauso über meine Kunst erzählen und warum ich halt einfach male und was mich dazu bringt zu malen und dass ich auch den Hype um mich gar nicht so verstehen kann, sondern einfach nur malen will. Ich habe einen jungen, prosperierenden Künstler gesucht und dann stößt man in Deutschland unweigerlich auf Leon Löwentrop. Art Karlsruhe ist die zweitwichtigste Kunstmesse in Deutschland und für mich eine absolute Ehre, hier einen eigenen Stand zu haben, also eine One-Artist-Show hinzulegen. Das Besondere von Leons Malerei ist, dass er komplett frei ist. Es ist extrem abstrakt und gleichzeitig erkennt man irgendwie doch was darin wieder. Er setzt die Farben grandios ein. Man sieht da richtig eine Lust drin, einfach die Tube zu nehmen und loszulegen. Vielleicht gibt es bald schon ein Werksverzeichnis, da haben die meisten Künstler noch nicht mal angefangen zu studieren. Für mich ist er einfach ein junger Picasso.